Ich bin Dominik und ich bin Mona und wir studieren Ingenieurinformatik im Master an der Thüringenhau. Also ich wollte nicht so rein in diese Softwareentwicklung, was halt man Informatiker macht, sondern auch noch ein bisschen in diese Richtung Hardware, mal ein bisschen was in der Elektronik schrauben, was zusammenbauen. Wir haben eben nicht nur die reine Informatik, wir können in sehr viele verschiedene Anwendungsbereiche gehen, jetzt wie hier die Robotik oder das Machine Learning, was sozusagen ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz ist. Wir machen auch die Medizintechnik, Mobilfunk. Ich denke, um hier gut durchzukommen, da ist auf jeden Fall Mathematik ziemlich wichtig. So ein bisschen das logische Denken braucht man auf jeden Fall und wenn man dann mit Elektronik und Computern schon mal was gemacht hat, dann ist das, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe im Bachelor Medientechnologie studiert und ich bin dann im Master zur Ingenieurinformatik gewechselt, eben weil ich mich im Bachelor schon mit Machine Learning, Deep Learning, Bildverarbeitung beschäftigt habe und ich mich dann hier in Ingenieurinformatik weiter darauf spezialisieren konnte und eben mehr Fächer in die Richtung angeboten wurden. Also ich denke, die Studienbedingungen sind hier auf jeden Fall super gut. Ich meine, wir sind klein, wir haben gute Betreuung, die Professoren nehmen sich auf jeden Fall Zeit dafür, wenn man mal ein Problem hat oder wenn man einfach mal eine Frage an den Professor oder an den Übungsleiter schickt. Man soll sich nicht darauf versteifen, dass man das alle alleine schaffen muss. Gerade in der Gruppe kommt man sehr viel weiter voran, wenn man sich gegenseitig helfen und unterstützen kann. Also ich glaube, viel besser als hier studieren geht eigentlich nicht. Also wenn ich meinen Studiengang als Sinnbild beschreiben würde, dann wäre das wirklich so ein bisschen wie so ein Schweizer Taschenmesser. Man guckt wirklich überall rein, in die Physik, in die Mathematik, in die theoretische Informatik, in die Ingenieurwissenschaften. Man ist wirklich überall so ein bisschen, hat so ein bisschen so einen Fuß drin und hat dadurch halt auch einfach die Möglichkeit später zu sagen, ich möchte dann dorthin gehen. Unser Studiengang Ingenieurinformatik in drei Worten. Vielseitig. Anwendungsnah. Und modern.